Aber, ähm, Ladi. Ey, warte mal, warte mal. Warte mal, hier ist ein Chefpferd hier vorne längs, oder Spieler, ey? Ich will dir nicht. Redest du mit den Leuten? Nein, nee, nee, aber der aimt ja gerade alles ab. Ach so. Ich red mich denn auch von... Warte mal, echt? Nee, mach ich nicht, wegen Streampferd. Ey, ich hab keinen Bock, dass die nachher irgendwas callen, was für mich nicht gut ist, wegen Streampferd. Irgendwann später. Das sind so 60-Hertz-Monitor, auch nur BenQ. 27 Zoll. Ist der tot hier? Martin fängt mit dem hinteren Loch an. Zuerst gibt er etwas Öl direkt auf das angedrückte Loch und auf die Spitze seines Bohrers. Ey, hier hab ich nen Spieler geholt. Der lag hier einfach so. Der war ja schon mal nicht drin. Ja, Elektros war ein Scaff, das heißt das auch nicht. Habt ihr geguckt, ob es links offen ist? Oh, Nate, von mir! Oh, fuck! Boah, hab mir festgegangen. Sorry. Haha, ich hab mir festgegangen. Sniper-Step aufm Berg. Aufm Stein, meine ich. Wie war nicht einer noch hinterm Holz? Puff! Noch einer gespawnt. Puff! Noch einer gespawnt. Ich weiß hier im mittel rumrennen, hier und da, herrlich. Jetzt zappelt der. Zappelt, zappelt. Zappelt, zappelt. Zappelt, zappelt. Zappelt, zappelt. Ne, oben ist noch einer. Jo, ich hab wieder kurz solche Dings gesehen. Kann ich überhaupt mit Full Metal Jacket durch die Betonwandeln? Reise, zappelt. Finus, war ein Skate hochgelaufen. Alter, hab ich verjabt, ey. Was macht ihr das mit mir, ey? Bist schon reingestartet in den Vibe, Retro? Äh, Robby? Alles ok? Ja. Ich geh lieber aus. Ja, hört mir am Plan an. Ich weiß nicht, wie weit das Luft ist. Da ist wieder nichts. Gut. Kommst du jetzt hierher zu mir? Bist du hier? Ja. Ich bin über dir. Weiß mir nicht. Boah! Hier ist eine Mine. Boah! Eiii. Ja, naja, hier oben am Stein. Ja. Geh los. Ja, Bobby. Hat er extra gemacht, ja. Bin ich fast. Boah, ey. Ich hab erst mal richtig in die Mine reingesprungen, ey. Da im Rücken. Okay. Boah, da war ich schon am Piken. Genau in die Richtung. Ja, hab ihn gehört. Komm, schießt die Woche nicht. Ah! Mehr Glück als Verstand schon wieder. Beide hab ich liegen gelassen. Egal. Die sollen mir nicht später eins. Ah, fuck, ey. Warum hat die Dings nicht mehr geschossen hier? Die eine Kackwaffe hier. Seine... Oh, ich hab den dritten Schuss nicht mehr rausgekriegt, ey. Hat die eine Malfunction gehabt? Ne, hat sie natürlich. Ne, hat sie auch nicht, ey. Leer? Ne, zwei Schüsse. Ich hab vorher extra kontrolliert, ey. Oh, ein Bomb hat der vorher nicht auf mich geschossen. Der hat auch gut verkackt, ey. Da kommt noch was. Da kommt was. Du Penner. Der überlebt das. Ganzes Mac rein, ah ja. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.